hallo und herzlich willkommen mein name ist christian ich bin seit september 2017 streamer auf twitch für den kanal on tv in diesem video training zeige ich euch die accounterstellung auf twitch so wir beginnen gleich wir sind hier auf www.twitch.tv wir klicken auf registrieren wir nennen unseren account und e-learning und wie ihr seht hier am grünen häkchen haben wir schon die bestätigung bekommen dass dieser benutzername noch frei ist wir vergeben unser passwort ich mich beschrieben und wir geben oder bzw ihr müsst noch euer geburtsdatum mit eintragen das bei mir der 23 dezember 1988 und noch die aktuelle e mail adresse so wir bestätigen dass wir kein roboter sind und registrieren wir bekommen jetzt eine bestätigungs e mail von twitch vorher müssen wir aber noch unsere lieblingsspiele markieren wir nehmen einmal player announce background league of legends fortnight und counter strike drücken auf fertig gehen dann auf einstellungen und bestätigen die e mail adresse ihr müsst hier zum beispiel in kanaleinstellungen gehen wir haben jetzt einen ganz neuen kanal eröffnet und ihr seht jetzt hier zum beispiel können wir uns den stream schlüssel anzeigen lassen dem braucht ihr natürlich dann um später in obs reinzugehen ihr sagt auf ich verstehe und dann wird hier der stream schlüssel angezeigt dem braucht ihr den kopierte euch raus und setzt den dann in obs ein und wir drücken jetzt hier erstmal auf einstellungen weil wir möchten gleich zum streamen gehen ihr seht hier streaming plattformen wir sagen wir möchten die streaming plattform twitch benutzen ihr seht was es noch für streaming plattformen gibt oder dies zumindest anbietende wir bleiben bei twitch ihr habt ihr auch youtube smash card mixer daily motion also ihr habt hier wirklich viele möglichkeiten wir nutzen aber twitch deswegen möchten wir diese einstellungen wir sagen alle plattformen anzeigen und jetzt ist es so jetzt könnt ihr zum beispiel hier euch eine server aussuchen ihr könnt automatisch empfohlen ist meistens auch sehr sehr gut empfehle ich euch auch da sucht der server sich wirklich die bestmöglichste situation und die bestmöglichsten server um einfach gerade streamen zu können stream schlüssel zeige ich euch auch kurz hier muss natürlich der schlüssel rein den ihr bekommt von twitch damit ihr natürlich auch verifiziert werdet als streamer für diesen kanal ihr geht oben auf die pfeiltaste geht dann auf der sport und landet genau auf dieser seite hier und ihr seht gleich wir fangen an mit dem dashboard live was kann man alles mit dem dashboard live machen ich aktiviere mal alles dann könnt ihr sehen hier könnt ihr die aktuellen ankündigungen auf eurem kanal sind wir haben jetzt gerade im moment keine drinnen deswegen ist diese funktion aus besonders gerade im dashboard ist ihr könnt stream informationen raus geben das heißt ihr könnt nicht nur auf eurem kanal den titel ändern sondern könnt den auch hier in eurem dashboard ändern und ihr könnt zum beispiel schreiben hier aufnahme fürs e-learning und machen das weg und wir sagen wir machen das mit dem spiel oder beziehungsweise ihr könnt hier auch noch die live benachrichtigung ändern das heißt wenn ihr online geht den stream startet dann kriegen die leute eine live benachrichtigung die könnte hier extra eingeben wenn ihr sie nicht eingibt kommt eben aufnahme fürs e-learning wir können jetzt eben hier sagen und tv e-learning geht online und diese nachricht würden die leute jetzt auf ihren handys bekommen auf ihren e mails adressen könnt ihr machen müsste nicht machen ist manchmal ganz cool wenn man eine andere info vielleicht raus geben möchte und für die live berichtigung macht es benachrichtigung ist es natürlich sehr sehr cool ihr könnt hier spiel und kategorien ändern ihr könnt ihr auch jedes spiel eingeben was ihr möchtet von league of legends ihr könnt alles eingeben es werden euch verschiedene spiele vorgeschlagen wir bleiben schnell bei player und battleground ihr könnt auch hier euch communities anschließende wir haben jetzt uns der der positivity activity community und der verity streaming community angeschlossen ihr könnt ihr aber hier auch natürlich noch länderspezifisch gibt sogar partnergruppen also hier kann man sich ein bisschen rein fuchsen und natürlich auch viel über die communities erfahren wir sagen die chatsprache ist nicht eingeschränkt sondern wir bleiben bei deutsch und wir machen die information auf aktualisieren besonders hier bei diesem dashboard live und deswegen heißt es auch der sport live viele streamer benutzen dieses der sport wenn ihr eben live geht und wenn ihr online seit beziehungsweise gerade streamt und hier seht ihr zum beispiel wenn ihr online seit läuft hier eine art statistik durch wie viele wie viel ihr gerade wie viele mbit ihr gerade im download habt und ihr seht wie das ein bisschen schwanken kann meistens läuft sehr stabil hier unten links kommt dann eben eine grüne bestätigung da steht dann entweder hervorragend oder mittelmäßig oder es muss was geändert werden und es werden auch teilweise euch hier sogar die die änderungen vorgeschlagen da steht dann bitte schalte auf keyframe um oder auflösung ist zu niedrig oder der upload ist zu wenig also haben sie sehr gut gemacht das könnt ihr hier nutzen Ihr seht hier das extension tool wir haben euch ja die erweiterungen erklärt beziehungsweise wir kommen jetzt im nächsten kapitel dann und ihr seht hier wir haben die erweiterung stream elements leaderboards gerade am laufen aber wie gesagt da gehen wir im nächsten kapitel noch näher drauf ein Ihr könnt hier auch natürlich was in euren kanal feed rein posten und könnt hier was reinschreiben ihr seht jetzt wir haben hier verschiedene post schon gemacht der letzte war am 16 april friendly fire chris trigger und dann sieht man eben diese aufrufe und man sieht alle kanal feeds die man in dem fall gemacht hat oder die letzten zwei zumindest man kann auch sagen wieder weniger anzeigen dann ist es wieder klein wie du vorschau ist auch sehr sehr cool ihr seht einfach wann wenn ihr online geht ihr könnt euer eigenes bild kontrollieren ihr könnt eure einstellungen schauen ihr könnt eure qualität überprüfen nutze ich immer zum beispiel wenn ich den stream starte schaue ich immer zuerst die video vorschau anpasst alles können die leute runter skalieren von der auflösung her das ist sehr sehr wichtig statistik ist auch super ihr seht nämlich hier oben die anzahl der person die den kanal genau gerade zuschauen das sind die live viewer ihr seht hier die übertragungsdauer also sprich wie lange ihr schon streamt ihr seht hier auch wie viele clips erstellt worden sind in eurem stream wie viele aufrufe ihr habt das sind jetzt bei uns aktuell 20.000 wie viele follower ihr habt das sind 806 wir bauen den kanal gerade auf und wir haben gerade 47 abos auf unserem kanal ist sehr sehr cool ihr habt kurz gesehen ich habe hier das ausgeblendet ich für meinen teil mag es die zuschauerzahlen nicht zu sehen um einfach so zu bleiben wie ich bin aber wie gesagt ihr könnt darauf klicken dann ist es aktiviert und oder jetzt in dem fall drauf klicken und jetzt ist es ausgeblendet ihr seht hier auch die host liste wer hostet euch gerade im moment wenn ihr online seid dann taucht hier wenn euch jemand hostet viele in dieser haus liste auf wir seht auch jetzt wer hauset uns automatisch das sind fünf leute scotv avoxia over the top und t goals die hausen uns automatisch immer wenn ihr online geht kriegen wir von ihnen einen haus rein hier seht ihr noch die video übertragung aber auf die kommen wir später zu sprechen weil die wird nämlich bei videoproduzent dann näher erklärt last but not least der chat ihr seht hier die chat funktionen wir haben drei verschiedene räume wir haben einmal den ganzen normalen stream chat wir haben einmal den raum für mods und wir haben einmal den raum für subs und ist sehr sehr cool ihr seht es wird genutzt und macht den leuten auch sehr viel spaß das ist wie gesagt der stream chat ist für alle bei den räumen ist so man kann räume erstellen aber aktuell nur an sachen binden das heißt man kann entweder nur moderatoren nur abos alle und erlauben es anderen benutzern chat nachrichten zu lesen aber keine nachrichten zu senden das ist auch natürlich möglich wie gesagt wir haben nur für mods und für subs gemacht das ist angenehmer und wenn irgendwas zu klären gibt kann man das hier eben einstellen ihr habt auch die möglichkeit wenn ihr auf diesen button hier klickt eine zuschauer liste zu sehen gerade wenn ihr online seid ihr seht jetzt bei uns sind es gerade die moderatoren das ist einmal on tv und stream elements und die standard zuschauer von electric skateboard und febon farbon es ist immer schwierig zu sagen sind das echte menschen sind keine echten menschen momentan hat jeder electrical skateboard also es gibt auch bei twitch so art bots die auch kontrollieren ob alles bei euch funktioniert ob das ob irgendwelche unregelmäßigkeiten drin sind wie weit die jetzt interagieren beziehungsweise weit da jetzt der fortschritt ist ist irgendwie noch so wirklich kein bekannt sind eher so schlussfolgerungen die man daraus kriegt dadurch dass dieser bot bei vielen leuten drin ist ihr könnt euer aussehen beändern wenn ihr auf das rädchen hier geht aussehen bearbeiten ihr seht wie sind twitch prime subscriber und broadcaster wir können zum beispiel unsere farbe ändern ist ein schönes tool kann man gut nutzen ihr könnt auch weitere farben nutzen das seht ihr dann auch hier da müsst ihr dann eben eine ein support abschließende für 8 99 im monat oder dann eben für 24 für 47 oder für 90 euro das besondere ist natürlich keine werbung mehr besonderes emoji set abzeichen seid ihr in dem fall auch turbo oder euer turbo abzeichen kommt erweiterte chat farben kriegt ihr um mehr video speicher platz wenn ihr streamer seid so gehen wir wieder zurück dann sind wir wieder im dashboard und ihr könnt ihr auch zum beispiel zeitmarker rein machen dass ihr seht wenn hier jemand was rein tippt dann wird die zeit mit eingetragen kann man machen muss man nicht machen man kann auch den chat ausblenden oder den chat als pop out machen ich habe den jetzt eigentlich so drinnen ich mag ihn hier in meiner in meiner live vorschau im dashboard wenn man dann einfach alles sieht man kann mod symbole einfallen einbauen lassen man kann auch nur ein follower chat machen wie lange müssen die leute follower sein zum beispiel 30 minuten 10 minuten 0 minuten also man kann da auch ein bisschen variieren und auch ein bisschen mit den leuten zusammenarbeiten und auch vielleicht nur wie sagt die lurke rausnehmen es hat immer vor und nachteile aber auf die gehen wir noch später ein dann haben wir natürlich noch den slow chat modus da sieht man es dieser raum ist jetzt im slow chat modus du kannst alle 120 sekunden nachrichten senden damit möchte man natürlich probieren wenn einer sehr sehr groß ist von den streamern und natürlich übertreiber mal 50 60 70 tausend zuschauer hat und jeder würde was schreiben dann würde das alles so schnell durchrattern dann kann man eben diese schlaue slow chat modus einschalten um diesen chat ein bisschen zu entschleunigen moderations an aktionen anzeigen es zum beispiel wenn man jemanden band dann kommt eine eine anzeige von von twitch selber die sieht ungefähr aus wie diese hier ist dann auch grau mit diesem button bestätigt man dass diese änderung angezeigt wird nachrichten anzeigen die von automod verfasst wurden automod haben wir euch auch erklärt der regelt für euch den chat wenn ihr keinen bot oder sonstiges habt und da werden die nachrichten angezeigt aktuelle rates haben wir gerade keine und dadurch dass wir natürlich nicht streamen aber hier kann man natürlich auch die aktuellen rates anzeigen lassen die gerade da sind so wir gehen auf chat lernen und ihr seht der chat wurde vom moderator geleert und in dem fall haben wir der sport live abgeschlossen und ihr seht der und ihr seht der und ihr seht der und ihr seht der